Herzlich willkommen an der Hochschule Koblenz. Mein Name ist Martin Zervas und ich werde Ihnen die Themen der thermischen Baufysik, des Wärmeschutzes im Modul PHKO1, Baufysik und Baukonstruktion näher bringen. Bevor ich Ihnen die Inhalte vorstelle, möchte ich Ihnen nochmal sagen, dass wir sehr viel gelernt haben aus dem zurückliegenden Sommersemester und wir haben auch das Programm an das wesentlich kürzere Wintersemester angepasst. Ich werde Ihnen dann gleich auch kurz die Termine zeigen, den Terminverlauf, die Ablauffolge der einzelnen Themen zeigen und wir hoffen, dass Sie so trotzdem ein Maximum an Inhalt letzten Endes mitnehmen können. Kommen wir nun kurz und knapp zu den Inhalten des Moduls. Es gibt die Baufysik als Dachbezeichnung für einzelne Themen. Und zwar setzt sich die Baufysik zusammen aus dem Gebiet des Wärmeschutzes, der wiederum besteht aus zwei Teilen, dem statisch-konstruktiven oder thermisch-konstruktiven Teil. Da beschäftigen wir uns mit dem Wärmeschutz einzelner Konstruktionen und dem in der Regel auf Gebäudeebene angesiedelten energetischen Wärmeschutzes. Daneben gibt es auch die Bereiche des Feuchteschutzes, das heißt den Schutz vor Tauwasserbildung und Schimmelpilzbildung an Oberflächen bzw. im Inneren von Bauteilen. Wir müssen uns gegen Regen schützen und wir haben das Gebiet der Akustik, das wiederum besteht aus dem Bauakustischen Teil, dem Schallschutz. Also ich möchte mich vor einer Geräuschquelle schützen. Und wir haben die Raumakustik, das heißt eine gute Raumakustik, Sprachverständlichkeit für Sprachdarbietungen oder entsprechend gute Raumakustik für Musikdarbietungen. Und wir haben das Gebiet des Lärm- und Emissionsschutzes. Und das vierte Fachgebiet der Bauphysik ist der Brandschutz. Das ist eine ganze Fülle, relativ zergliedert der Bereich des Brandschutzes in den statisch-konstruktiven Brandschutz. Da wird es darum gehen, wie lange Bauteile, die statische Funktionen haben, dem Feuer widerstehen können. Es gibt den vorbeugenden Brandschutz, der wiederum aus dem baulichen Teil, dem technischen Teil besteht. Und es gibt den abwehrenden Brandschutz, auch wiederum technisch, betrieblich und öffentlich-rechtlich. Und die Themen unseres ersten Vorlesungsmoduls im ersten Semester, das sind die Themen des Wärmeschutzes. Das sind also die Bereiche des konstruktiven Wärmeschutzes und des energetischen Wärmeschutzes. Im zweiten Semester, in Ihrem zweiten Modul, geht es dann um die Themen, die hier grau umkastelt sind. Wobei auch die Gebiete des Lärm- und Emissionsschutzes später im Master nochmal vertiefend angeboten werden. Und auch für den Bereich Brandschutz gibt es ein eigenes Vertiefungsmodul. Nähere Informationen zum inhaltlichen Aufbau finden Sie im OLAT-Kurs. Wir finden also ein eigenes Video, da geht es verstärkt um die Inhalte des Moduls PHKO 1. Deswegen will ich da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Wie ist das Modul organisiert? Wie sollten Sie organisiert sein? Als erstes Dreh- und Angelpunkt für unser Modul, wie für viele weitere Module, ist der OLAT-Kurs Bauphysik, Baukonstruktion im Wintersemester 2021. Da finden Sie unter anderem dieses Video. Sie finden aber auch sehr viele Tipps zum Start ins Modul. Und vielleicht das wichtigste Material, das Sie sich direkt am Anfang, vielleicht schon im Kick-off-Camp besorgen sollten, ist das Arbeitsheft. Das können Sie sich als PDF-Datei unter diesem Punkt vollständig herunterladen. Wir haben ansonsten in den Semestern das Heft auch drucken lassen und binden lassen und Ihnen zum Selbstkostenpreis farbig ausgedruckt zur Verfügung gestellt. Das werden wir aufgrund der Vielzahl der Studierenden und der organisatorischen Aufwendungen wahrscheinlich dieses Semester nicht tun. Aber es kann sein, dass wir Ihnen da auch noch was anbieten können. Ansonsten lade ich Sie ein, gucken Sie sich alle Bausteine an. Sie finden da sehr viel Informationen und Tipps und vielleicht ist es gerade am Anfang nicht schlecht, da überall mal reinzugucken. Ich bin aber nicht alleine. Das wäre etwas wenig, sondern es gibt noch vier weitere Personen, mit denen Sie mehr oder weniger zu tun haben werden. Das sind die wissenschaftlichen Mitarbeiter David Hilger und Stefan Mock, die sich auch im Kick-off-Camp noch mal separat vorstellen werden. Und die studentischen Mitarbeiter Herr Möhlich und Herr Bischof, die auch an einigen Terminen auftauchen werden. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, wer Sie sind. Und da hätte ich eine Bitte, dass, wenn Sie sich das Video anschauen, wird der Link schon funktionieren, dass Sie mir ein paar Informationen zu sich selber geben. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Das ist ein offenes Whiteboard, zu dem Sie über diesen Link hier gelangen. Den Link finden Sie auch wiederum im OLAT-Kurs. Und dann hätte ich die Bitte, dass Sie ein Post-it mit Ihrem Namen drauf erstellen und entsprechend Ihrem Alter und Ihrer Erfahrung, also wie Sie sich selber einschätzen, bezogen auf das Modul PHKO 1, entsprechend den Post-it aufkleben. Das ist selbsterklärend, das sehen Sie dann. Und mich würde interessieren, ob Sie Wünsche haben, Erwartungen haben an das Modul oder sogar Sorgen und Befürchtungen. Auch da bitte ich Sie, seien Sie offen, das ist völlig anonym, entsprechend ein grünes oder rotes Post-it an der entsprechenden Stelle zu hinterlassen. Und das fände ich sehr schön, weil Sie sind sehr viele Studierende und wir haben sehr wenig Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen. Insofern hilft mir das besser bei der Organisation und Struktur des Moduls. Jetzt, wie angekündigt, ein paar Anmerkungen zu den Terminen und dem Ablauf. Sie finden im Arbeitsheft zwei Seiten, da sind diese Monatsübersichten drin abgedruckt. Und ich hoffe, dass Ihnen das hilft, sich selber optimal vorzubereiten bzw. nachzubereiten. Wie sind diese einzelnen Blätter aufgebaut? Naja gut, Sie haben den Tag, den durchlaufendes Datum, den Wochentag, die Kalenderwoche, das ist selbsterklärend. Und Sie finden zwei Spalten zur Veranstaltung. Wir haben zwei Veranstaltungen in der Woche, dienstags und freitags, entsprechend dem Kalender auch, den Sie in OLAT finden. Und Sie sehen dann auf der nächsten Seite das entsprechende Thema, was da stattfindet, in diesen zwei Spalten. Jetzt sehen Sie hier entsprechend, dass das Kick-Off-Camp ist, insofern keine Veranstaltung ist. Dann gibt es zwei wichtige Zeilen. Eine Zeile mit dem Thema der Vorbereitung, eine Zeile mit Themen der Nachbereitung. Und da können Sie jetzt im Kick-Off-Camp schon einsteigen und die Themen der thermischen Physik aus der Schule etwas wiederholen. Das wird unterstützt durch das Arbeitsheft. Das ganze Kapitel A1 beschäftigt sich mit der Schulphysik. Also den Kapiteln, den Teilen der Schulphysik, die wir im ersten Semester tatsächlich voraussetzen und die Sie sich wieder aneignen sollten. Auch da gibt es Aufgaben und Hilfestellungen im OLAT-Kurs. Schauen wir uns den nächsten Monat an, da fühlt sich das nämlich ganz gewaltig. Und Sie sehen, dass wir jetzt hier am 3. November entsprechend anfangen mit einer Vorlesung. Da gibt es im Prinzip noch kein Thema, großartig. Wir sprechen allgemein über Organisatorisches und den Ablauf nochmal vertieft. Und Sie sollen vorbereiten eben die Schulphysik. Das ist das Thema A1 bis zu dieser Vorlesung und im Nachgang an diese Vorlesung auch nochmal eventuell nachbearbeiten. Dann geht es aber weiter wieder mit weiteren Vorbereitungsthemen A2 und A3. Was das ist, gehe ich nicht näher darauf ein. Gucken Sie es sich an im Arbeitsheft. Und dann haben wir Freitag wiederum eine Vorlesung zu den Themen A2 und A3. Dementsprechend ist das dann nochmal etwas nachzuarbeiten. Und dann sehen Sie hier eine Besonderheit, nämlich eine Studienleistung SL1. Was das ist, erkläre ich Ihnen auch gleich. Die im Rahmen Ihrer Vorbereitung des nächsten Themas schon begonnen werden kann. Das nächste Thema B1 beschäftigt sich schon mit Bauteilen, mit sogenannten homogenen Bauteilen. Und dann sehen Sie hier eine dicke rote Markierung im Kalender. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Stichtag für Sie. Das ist nämlich die verbindliche Anmeldefrist in unserem Prüfungsmanagementsystem QIS. Auch darüber erfahren Sie im Kick-Off-Camp noch ausführlich. Und wenn Sie das Modul belegen möchten, sodass Sie dann im Abschluss, wenn Sie das erfolgreich tun, auch Ihre Credits bekommen, müssen Sie sich bis zum 9. November entsprechend angemeldet haben. So, dann ist wieder Vorlesung mit entsprechender Nachbearbeitung. Und dann kommt die nächste Vorbereitungsphase wiederum mit einer Studienleistung verbunden. Und was das ist, gucken wir uns gleich an. Was gibt es hier noch? Jetzt taucht die Zeile Gruppenarbeit bzw. Bauprojekt auf. Und da passiert erst mal nur die Gruppenfindungsphase. Das heißt, Sie melden sich an bis zum 9. November. Und wir werden dann Gruppen bilden. Je nachdem, welche Module Sie belegen, welches Vorwissen Sie haben, werden wir Sie in Gruppen mischen mit bis zu 5 Personen. Und Sie bekommen dann in der Gruppe am 13. November, das ist Freitag, der 13. November, bekommen Sie Ihre Prüfungsleistung, Ihre Prüfungsaufgabe. Ihre Aufgabe besteht nämlich darin, einen architektonischen Entwurf so zu planen, dass dabei ein möglichst energieeffizientes Wohngebäude dabei rauskommt. Und alles, was Sie für dieses Bauprojekt tun müssen, finden Sie in dieser Zeile. So, dann geht es wieder mit Themen weiter. Und überall da, wo hier so etwas rot markiert ist, da findet etwas Relevantes statt. Also was wirklich auch organisatorisch relevant ist. Das heißt, hier die Ausgabe der Prüfungsleistungen. Hier am 16. müssen Sie Ihre Studienleistung abgeben, hochladen. Und so hoffe ich, dass Sie über diese roten Markierungen hier den Überblick behalten und keinen Termin verschlafen. Wenn was zum Bauprojekt stattfindet, finden Sie hier ein rotes P. Immer freitags oder regelmäßig freitags finden wir dieses P. Das heißt, da findet Projektarbeit statt. Da haben Sie die Möglichkeit, im Rahmen der Veranstaltung an Ihrem Bauprojekt passend zum Thema der Veranstaltung zu arbeiten. Und dann finden Sie hier blaue Termine, wie hier zum Beispiel am 24. Da steht dann FB. Das ist eine Feedback-Runde. Da stellen Sie Ihre Ausarbeitungen im Bauprojekt anderen Gruppen vor und erhalten Feedback von anderen Gruppen. Und das werden wir mischen. Warum ist das wichtig für Sie? Weil das sozusagen die Generalprobe ist für unseren ersten Prüfungstermin. Das heißt, das ist ein verbindlicher Prüfungstermin, wo wir mit Ihnen mündliche Gespräche virtuell durchführen werden, zu den ersten Teilen, die Sie hier sehen, die Sie bearbeiten müssen, nämlich zu den Bauteilen Ihres Bauprojekts. Und das sollen Sie im Rahmen dieser Feedback-Runden eben schon mit anderen Gruppen üben. Da halten wir uns dann auch raus und erhalten so dann wertvolles Feedback für Ihre Arbeit. Und so geht es dann weiter durch den Kalender durch. Sie sehen, da gibt es dann im Dezember noch ein zweites Testtat, einen zweiten mündlichen Prüfungstermin. Dann finden wir hier Weihnachten. Und dann finden Sie am Ende der Vorlesungszeit das dritte Testtat, die dritte Prüfungsleistung, bevor es dann in die Bearbeitung Ihres Endberichts geht, bis Ende Februar. Und so haben wir dieses sehr komprimierte Semester für Sie durchgetaktet. Das ist natürlich jetzt ein bisschen anspruchsvoller als in einem Semester, das vielleicht drei, vier Wochen länger ist. Aber ich denke, dass es machbar ist und dass Sie trotzdem auch einiges mitnehmen können. Wie ist der Ablauf jetzt gedacht? Ein bisschen habe ich schon erzählt. So ist das von der Struktur her zu verstehen. Wir haben also oben dargestellt eine Vorbereitungsphase und hier unten dargestellt eine gemeinsame Veranstaltungsphase. Im Detail sieht das dann so aus, dass Sie sich immer wieder neue Themen bekommen, in die Sie sich einarbeiten sollen und müssen. Das heißt, Sie müssen sich selber den Überblick verschaffen anhand der Materialien im Heft und der Videos im ODAT-Kurs. Das heißt, Einführungsvideos anschauen, Einführungsbeispiele bearbeiten und Fragen formulieren. Also wenn Sie Fragen haben während dieser Vorbereitungsphase, bieten wir Ihnen auch eine zentrale Plattform, um Ihre Fragen dann auch loszuwerden. Und dafür brauchen Sie das Arbeitsheft, ganz, ganz zentral. Und dann kommen Sie in die Veranstaltung, dienstags und freitags, und dann klären wir als erstes Ihre Fragen. Den Selbsttest haben wir dieses Semester ausgeklammert, ein Stück weit, und in den OLAT-Kurs verlagert, weil das Semester sehr knapp ist. Dann werden wir komplexere Themen bearbeiten in der Veranstaltung. Wir werden den Bezug herstellen zu Projekten. Wir werden also etwas kompliziertere Themen in der Veranstaltung mit Ihnen bearbeiten. Und dann teilt sich das auf. Wir werden also Untergruppen bilden in der Veranstaltung. Entweder zum Bauprojekt, dann können Sie in Ihrem Bauprojekt, in Ihrer Gruppe weiterarbeiten und uns Fragen stellen. Sie können an vertiefenden Aufgaben weiterarbeiten oder nochmal Grundlagenaufgaben bzw. Fragen thematisieren. Am Ende gibt es dann einen Ausblick ins nächste Thema und der ganze Zyklus wiederholt sich. Und das ist sehr kleingetaktet immer dienstags und freitags. Das, was Sie dafür brauchen, das ist natürlich auch wiederum Ihr Arbeitsheft. Und da das Ganze dann virtuell funktioniert, brauchen Sie zwingend ein internetfähiges Endgerät. Und zwar am besten brauchen Sie einen Laptop, PC oder ein Tablet geht auch. Und dazu noch Ihr Smartphone. Weil wir immer wieder interaktiv arbeiten wollen. Wir führen Abstimmungen durch. Sie arbeiten an einem Whiteboard, so wie Sie das auch schon testen können. Das heißt, idealerweise haben Sie drei Sachen vor sich liegen. Lassen wir mal den Taschenrechner weg. Sie haben einen PC, Laptop oder Macbook oder sonst irgendwas. Sie haben Ihr Smartphone und Sie haben Ihr Arbeitsheft. Diese drei Sachen, wenn Sie die zur virtuellen Veranstaltung mitbringen, sind Sie optimal vorbereitet dafür. Und zum Schluss noch ein paar Worte zu Ihren Leistungsnachweisen. Die Leistungsnachweise. Es gibt zwei Teile. Zum einen gibt es die Studienleistung. Und diese Studienleistung besteht bei uns aus vier einzelnen Studienleistungen. Nämlich diesen drei Hausübungen zu den Themen ganz am Anfang. Da möchten wir sehen, dass Sie von Hand Bauteile berechnen können. Das sind also die Studienleistungen 1 bis 3. Und Sie müssen anfertigen eine Detailskizze, ganz bewusst von Hand, also nicht am Rechner, nicht mit CAD, sondern von Hand. Eine Detailskizze einer Wärmebrücke. Ganz am Ende. Das ist die Studienleistung 4. Und Studienleistung heißt, dass Sie jede einzelne Studienleistung bestehen müssen. Darauf gibt es keine Noten, sondern Sie müssen die ausreichend bestehen. Wir werden Ihnen auch die Bewertungsmatrix mitteilen, nach der wir das benoten werden oder bewerten werden. Also jede Studienleistung muss bestanden werden. Wenn alle vier bestanden sind, haben Sie die Studienleistung insgesamt bestanden. Es gibt keine Note. Und Sie haben beliebig viele Semester Zeit, diese Studienleistung zu wiederholen, gegebenenfalls. Wichtig, wenn Sie jetzt die Studienleistung 2 nicht bestehen oder nicht machen, nicht weil Sie krank sind, sondern einfach nicht machen, weil Sie es verschlafen, vergessen, wie auch immer, dann müssen Sie im nächsten Semester oder wann auch immer die gesamte Studienleistung, die dann aktuell ist, wiederholen. Also Sie können nicht nur den Teil machen, den Sie nicht bestanden haben, sondern Sie müssen insgesamt die Studienleistung wiederholen. Daneben gibt es dann die Prüfungsleistung, aus der dann auch Ihre Note hervorgeht. Und das ist das Bauprojekt. Das heißt, das führen Sie in einer Fünfergruppe durch. Dafür gibt es eine Note. Und ab der Note 4,0 ist die Leistung bestanden mit der entsprechenden Note. Und die Gesamtnote ergibt sich dann aus vier Teilen, weil es eine sogenannte Portfolioprüfung ist, mit diesen Inhalten. Da erläutern wir Ihnen aber auch später nochmal konkret, was Sie da machen müssen. Das heißt, es gibt diese Prüfungsleistungen 1, 2 und 3 mit den Testaten an den festgelegten Terminen, Testaten, die Sie hier auch wiederum im Terminkalender finden. Testate, hatte ich Ihnen eben gezeigt. Und danach nachlaufen müssen Sie noch einen Endbericht anfertigen, einen technischen Bericht, so wie später im Berufsleben auch. Und alle vier Teile werden bepunktet und ergeben in Summe dann Ihre Endnote. Auch da gilt, sollten Sie insgesamt die Note 4,0 nicht erreichen, müssen Sie die gesamte Prüfungsleistung im nächsten Semester oder wann auch immer wiederholen. Und nicht nur den Teil, der besonders schlecht war, sondern insgesamt. Also nacharbeiten ist nicht. Zwei Semester später abgeben ist auch nicht. Also das, was Sie abgeben, wird bewertet. Wenn es besser als 4,0 ist oder mindestens 4,0 ist, dann ist die bestanden. Ist es schlechter, müssen Sie das wiederholen. Und wichtig, für Prüfungsleistungen haben Sie maximal drei Versuche. Also verschenken Sie keinen Versuch, sondern nehmen Sie den ernst, wenn Sie ihn durchführen und dann geht das auch gut. So, das war es auch schon mit der kurzen, kurzen Einführung in dieses Sprint-Semester, in dieses extrem kurze Wintersemester 2020, 2021. Wir haben ein sehr praxisnahes Modul für Sie erstellt, was wir sehr gut durchgetaktet haben auf den Erfahrungen des Sommersemesters. Und ich bin da wirklich zuversichtlich, dass Ihnen das Spaß macht und auch, dass Sie das schaffen. Wir haben zahlreiche Kommunikationswege für Sie eröffnet. Weitere Infos finden Sie im OLAT-Kurs. Dann bedanke ich mich bei Ihnen und hoffe, dass wir uns dann auch wiedersehen bei der ersten Veranstaltung oder sogar im Kick-Off-Camp. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.